Was geht ab Leute Zane ist wieder da mit den neuesten Informationen aus dem Data Book wie Ricard. Diesen Monat dreht sich alles rund um Big Mom und die Germa. Mit schönen Illustrationen von Arthur von The Library of Ohara. Dieses Pack wird auch das vorerst letzte Pack sein, danach wird es erstmal eine unbestimmte Pause geben, da die Packs mittlerweile einfach die Story überholt haben. Hier sehen wir neue Altersangaben die uns Oda nun verrät. Judge 56 Jahre alt, Oimo 153, Kashi 156, Pound 48, Morgens 53 und Streusen Satte 92 Jahre. Der Dude ist schon Schweine alt. Dann bekommen wir noch ein paar Größenangaben welche Art du hier sehr schön dargestellt habt. Wenn ihr es euch genauer anschauen wollt drückt einfach einmal auf den Pause Button, denn hier gibt es jetzt nicht viel näheres zu erläutern. Ebenso bekommen wir neue Informationen wer wo geboren ist. Hauptsächlich interessant finde ich hierbei einige Mitglieder der Charlotte Family. Sowohl Peruspero als auch Brule sind zum Beispiel an irgendeinem Hafen geboren worden. Katakuri, Daifuku, Oven, Montor und Cracker sind auf einem Schiff geboren. Also alle vermutlich während Big Mom als Piratin unterwegs war. Und wenn man das Alter von zum Beispiel Katakuri nehmen mit über 40 Jahren, könnte es tatsächlich zu Zeiten der Rockspanne gewesen sein. Dann bekommen wir hier die Lieblingsessen verschiedener Charaktere vorgestellt. Da hier aber nichts großartig interessantes war drückt einfach kurz den Pause Button wenn ihr es euch genauer ansehen wollt. Dann haben wir auch wieder einige verschiedene Bluttypen. Dies finde ich ja immer sehr interessant, da man durch die Blutgruppe Verbindungen zwischen Charakteren herstellen könnte. So können wir zum Beispiel feststellen, da Big Mom ja die Blutgruppe A hat, Daifuku A hat, Katakuri AB und Oven B, kann deren Vater nur Blutgruppe B oder AB haben. Viele Leute sind ja nach wie vor der Meinung, dass Kaido der Vater von den 3 ist. Sobald wir also Kaidos Blutgruppe erfahren durch die nächsten Packs des Databooks werden wir wissen ob es denn überhaupt möglich ist. Desweiteren bekommen wir noch ein paar Namen wie sie bei uns geschrieben werden, sowie 2 Geburtstage. Kommen wir aber nun zu den neuen interessanten Infos. Auf ihrer Viver Card wird Mutter Karamellen nicht als Tod klassifiziert, sondern nur als verschwunden. Zudem wird ihre Teufelsfrucht nicht wie bei Big Mom die Zoro Zoro Fruit genannt, sondern sie wird einfach gar nicht genannt. Dies könnte nun entweder heißen, dass Mutter Karamell gar nicht Tod ist, so wie es in vielen Theorien heißt, sondern sich irgendwie mit Big Moms Seele verbunden hat durch die Kraft ihrer Teufelsfrucht. Es könnte aber auch einfach sein, dass Oda damit versucht dieses Tabuthema Kannibalismus nicht weiter zu vertiefen oder es nochmal explizit zu nennen, so wie es im Manga auch der Fall war. Es ist nun aber bestätigt, dass Big Mom alle 3 Haki Arten beherrscht. Das einzig Neue daran ist einfach, dass wir sie nie aktiv gesehen haben, wie sie Observationshaki benutzt hat. Sowohl Zeus, als auch Prometheus haben ihre eigenen Karten. Komischerweise hat aber Napoleon keine bekommen. Was hat dies nun wieder zu bedeuten? No Oda. Warum kriegt er als einziger keine Karte? Steckt da wieder irgendwas dahinter? Charlotte Peruspero besitzt Observations und Rüstungshaki und sein Kopfgeld von 700 Millionen Berry was er genannt hatte ist nun offiziell bestätigt. Wir bekommen Katakuris Vergangenheit erklärt. Vor 48 Jahren wurde er zusammen mit Daifuku und Oven auf einem Schiff geboren. Vermutlich zu der Zeit wo Big Mom noch bei den Rocks war. Im Alter von 2 Jahren aß er das erste Mal Donuts und verliebte sich in sie. Ein Jahr später stopfte er Donuts nur so in sich hinein. Er aß so viele davon auf einmal, dass sein Mund aufriss und diese tiefen Narben hinterließ. Trotzdem aß er jeden Tag Donuts und ihm war egal was andere von ihm dachten. Mit 5 Jahren bekam er dann seine Mochi Mochi Kraft. Im Alter von 10 Jahren wurde seine Schwester Brülee dann von anderen angegriffen, weil sie Katakuris Bruder war und die Menschen Angst hatten vor seinem Gesicht. Daraufhin beschloss er sein Mund für immer zu verbergen. Eigentlich sollte Katakuri komplett anders aussehen und sollte zudem eigentlich die Mehl Mehlfrucht haben, was dann aber alles kurz vor seinem Debüt geändert worden ist. Trotzdem ist er immer noch der Minister des Mehl's. Charlotte Daifuku ist nun bestätigt, dass er sowohl Observations als auch Rüstungshaki besitzt und zudem ein Kopfgeld von 300 Millionen Berry hat. 300 Millionen Berry für jemanden aus der Big Mom Bande der sogar recht weit oben steht finde ich aber schon ein kleines bisschen wenig. Charlotte Oven hat unter all den Söhnen von Big Mom den toughsten Körper. Zudem besitzt er auch Observations und Rüstungshaki und hat ebenfalls ein Kopfgeld von 300 Millionen Berry. Okay von den 3 Brüdern hat es wohl nur Katakuri geschafft. Charlotte Cracker meinte ja sein Schwert wäre etwas ganz besonderes. Jetzt ist bestätigt, dass es sich bei seinem Schwert Brezel um ein Maito, also ein Schwert mit Grat handelt. Welcher Grat das Schwert hat wurde aber nicht erwähnt. Es ist nun ebenfalls bestätigt, dass er nicht nur Rüstungshaki, sondern auch Observationshaki beherrscht. Aber beim Rüstungshaki ist er halt besonders stark, vor allem wenn es darum geht das Rüstungshaki auf sein Schwert zu legen. Cracker sollte mehr so aussehen wie Joker von Batman. Charlotte Mondor hatte ein Kopfgeld von 120 Millionen Berry. Ja gut also das ist jetzt schon wieder eher angemessen. Ich meine ich habe zwar gerade gesagt bei Big Moms Bande sollten höhere Kopfgelder vergeben werden, aber so wirklich machen und kämpfen und tun tut er ja nicht wirklich aus aus seinen Büchern rumfliegen. Charlotte Smoothie hat sowohl Observations als auch Rüstungshaki. Zudem sollte sie eigentlich nicht die Wringwucht haben, sondern erste Ideen waren entweder die Saft-Saft-Frucht oder die Frucht-Frucht-Frucht. Das wäre doch mal geil die Frucht-Frucht-Frucht. Yo ich bin Charlotte Smoothie mit der Frucht-Frucht-Frucht. Ich kann alles in Früchte verwandeln. Charlotte Pudding sollte eigentlich deutlich böse aussehen, wurde aber dann umgeändert als die Idee kam, dass sie Sanjis Love Interest sein solle in diesem Arc. Charlotte Flampe ist ein normaler Mensch, trotz ihrer komischen Körperform. Diese ist hervorgerufen durch ihre Kleidung. Denn diese Kleidung ist ein technisches Produkt, welches Flampe in der Luft bouncen lässt wie ein Luftballon. Diese Technologie hat Big Mom gestohlen von einem Land, welches sie irgendwann mal angegriffen hat. Oder hatte eigentlich einen weiteren Winsmog Bruder geplant gehabt, mit dem Namen Goji. Er sollte Yonjis Zwilling werden. Doch da er Schwierigkeiten mit Yonjis Design hatte, belies er die Winsmogs auf insgesamt 5 Kinder. Winsmog Reiju, trotz dass sie wie die anderen Winsmogs ebenfalls ein modifizierter Mensch ist, hat dennoch Gefühle. Dies ist ihrem Mutter Sora zu verdanken, welche sehr viel Zeit mit Reiju verbracht hat und ihr Gefühle und Empathie beibrachte. Winsmog Judge verließ das Gamer Königreich in seine Jugend, um sich dem Wissenschaftsteam anzuschließen. Morgens ist tatsächlich ein Mensch, welcher die Vogel-Vogelfrucht Modell Albatross gegessen hat. Er bleibt einfach die ganze Zeit in seiner Vogelform. Wenn Big Mom einen Mann heiratet, wird dieser Mann besonders gut von allen behandelt und bekommt sogar eine Krone. Sobald aber die Kinder geboren werden, werden die Männer einfach abgeschoben. Charlotte Praline ist die Größte aller Kinder von Big Mom. Praline war die Ministerin des Designs, verließ aber die Charlotte Family und ist nun offiziell ein Mitglied der Sonnenpiraten. Sie wird Kapitänsfrau genannt. Was uns also sagt, dass Aladin nun offiziell der Kapitän der Sonnenpiraten ist. HIP 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 HURRA! Und das wars mit den neuen Informationen aus dem Databook ViverCard, wie gesagt, vorerst wird es das letzte Pack sein, aber da wir ja noch Wano Kuni und den Rest der Story vor uns haben, ist es nur eine Frage der Zeit bis wir neue bekommen. Denn Odas Editoren sagten, dass das Databook ViverCard das letzte Databook der Serie sein wird, weil sie es bis zum Ende der Serie updaten möchten. Ich hoffe das Video hat euch Spass gemacht, wenn ja zeigt es mir mit einem Daumen nach oben sowie einem Klick auf den Abo Button und bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spass und hau rein! Ciao!